Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Geld verdienen als Hobby-Fotograf und Videograf. Heute möchte ich euch mal von meinen Erfahrungen erzählen mit der Firma Rental Lens in Bern, meiner Hauptadresse und meinem Hauptlieferanten, wenn ich irgendwas ausprobieren will, bevor ich mir teure neue Objektive oder so anschaffe. Weil für viele Fotografen stellt sich ja immer wieder die Problematik, welche Objektive brauche ich, wie kann ich was mit was kombinieren, was für Abstriche muss ich machen. Und die Problematik ist halt schon, also ich habe es eben zum zweiten Mal, habe ich das jetzt mit Rental Lens gemacht, ich habe zuerst mal, bevor ich mir mein 600er Sigma Tele gekauft habe, habe ich mir das gemietet von Rental Lens. Und jetzt auch wieder, war so mein bisschen die Anforderung, ich wollte nach dem Fotoshooting beim Schulabschluss und auch sonst in der Kirche, bei Konformationen und so, hatte ich immer wieder das Problem, dass einfach die Standartobjektive zu wenig lichtintensiv sind. Und deshalb habe ich mir jetzt, gerade eben für letztes Wochenende, habe ich mir wieder bei Rental Lens, habe ich mir ein Canon EF 70-200, das USM3 bestellt. Das kann die Blende bis 2.8 öffnen, was wirklich recht faszinierend ist. Und andere gehen da bis 4.0 oder sogar noch weniger weit runter. Und ich war wirklich angenehm überrascht, auch diesmal wieder. Kommunikation klappt einwandfrei, ihr kriegt alle Infos, die ihr braucht, auch wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt. Also die Rückmeldungen kommen da wirklich sehr schnell. Ich habe mich da ein bisschen mit Rolf Erni, der dahinter steckt bei Rental Lens, habe ich mich auch noch ein bisschen über Drohnenfotografie unterhalten, weil da habe ich anscheinend mehr Erfahrung als er. Von dem her, also es war da wirklich ein guter Austausch. Eben, der Rental Lens selbst ist in Bern. Ich weiss nicht, ob man allenfalls die Objektive sogar vor Ort abholen könnte. Das ist dann auch so ein Thema. Aber ich habe das Objektiv eigentlich gebucht, eben für das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Das Objektiv kam am Donnerstag wunderbar mit der Post. Schön sauber eingepackt, so in eine Racko-Kunststoffkiste, welche mit einer Plombe versiegelt war. Rückantwort, Adresskleber ist schon drin. Es ist ein Objektivfilter drin. Die Objektivtasche ist drin. Es ist alles wunderbar beschrieben. Es ist auch eine neue Plombe dabei. Für wieder das Zurücksenden. Es läuft einfach einwandfrei. Und eben, ihr kriegt das Objektiv rechtzeitig. Ich konnte am Donnerstag schon ein bisschen mal ausprobieren. Und von dem her, also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr eben überlegt, was ihr noch kaufen wollt für eure Ausrüstung und speziell beim Reisen hat man ja die Problematik, du kannst nicht drei, vier Objektive mitnehmen. Und teilweise braucht es halt vielleicht auch ein bisschen Kompromisse. Klar, ich hätte jetzt beim 70-200er auch lieber ein 70-300er gehabt oder ein 400er mit Blende 2.8. Aber ja, es war auf jeden Fall besser als die Standjahrtobjektive. Und von dem her, ich kann euch das wirklich nur empfehlen, schaut euch die Webseite mal an. Und bevor ihr da 1.000, 2.000, 3.000 Franken ausgebt, mietet diese Objektive, schaut, ob ihr damit zurechtkommt, ob es so funktioniert, wie ihr es euch erhofft. Also ich hatte zum Beispiel so eine Erfahrung mit einem Tamron-Objektiv. Das war ein kleineres Seen, 35 irgendwas. Und ich war von der Reaktionsgeschwindigkeit dieses Tamron-Objektivs so bitter enttäuscht, dass ich mir dann das Original-Objektiv wieder bestellt habe, das Canon eigentlich teilweise mit Reos 90D ausliefert. Und solche Sachen, da, klar könnt ihr neue Objektive zurücksendern und so, aber es ist immer so ein bisschen blöd. Schickt man es dann wirklich zurück, macht man es, macht man es nicht, behält man es doch und braucht es dann nicht, ist eigentlich Blödsinn. Also bevor ihr euch für ein Objektiv entscheidet, mietet das doch ein Objektiv, testet das ein Wochenende aus, nehmt euch da wirklich Zeit zum Fotografieren, auch mit ein bisschen verschiedenen Lichtverhältnissen. Und das hilft euch dann viel mehr zu entscheiden, ob dieses Objektiv für euch passen würde oder nicht. So, das ist übrigens kein irgendwie bezahltes Review-Video oder so. Ich bin einfach der Meinung, dass man so kleine Nischenunternehmen, wie das Rentalents ist, durchaus bei der Arbeit unterstützen kann. Weil auch solche Geschäfte haben ihre Daseinsberechtigung, ich finde es cool, ich habe nicht mal gewusst, dass die so nahe sind. Oder, von dem her, ja, ist es wirklich praktisch. Oder, ihr könnt da sowohl, wie ihr seht, es gibt Objektive, es gibt Kameras, es gibt diverses Zubehör, das ihr da mieten könnt. Und sie haben auch Kurse, sie bieten an anderem auch Fotoreisen an. Und ich finde es recht einfach und übersichtlich aufgebaut. Also, wenn ich da jetzt schaue, hier habt ihr es jetzt schon, hier seht ihr, das ist das Objektiv, das ich jetzt gemietet habe. Ihr seht hier auch schon genau die Problematik, oder? Das 200er gibt es mit Blende 2.8, das 400er hat dann schon nur noch Blende 4.5. Das sind Welten. Oder, auch das 300er hat Blende 4.5. Also, das 2.8er hier ist wirklich ein ganz, ein cooles Ding. Und, ähm, ihr könnt das dann relativ einfach, könnt ihr da sagen, wann ihr das Objektiv gerne möchtet. Ähm, ich sage jetzt da mal, ja, okay, ich gehe in die Ferien, ich will jetzt das Objektiv, äh, da haben. Sagen wir, ähm, ja, so den Tag durch ist es verfügbar. Also, ich meisse es jetzt mal in den Warenkorb, sage jetzt da, also, ich möchte das Objektiv vom, ich bestelle es vorsichtig, weil, weil ich ja immer vorsichtig bin, äh, die meisten von euch wissen das nicht, ich bin vom Sternzeichen Jungfrau, wir malen immer als schwätztes der Schwarz und sind am negativsten eingestellt. Ich wähle jetzt hier den 29. als Startdatum, dann bin ich ja bis am 7. sicher in den Ferien, also wähle ich es da bis am 8. achten, ah, ihr seht, es geht nicht, okay, ja, einfach mal zum Spielen, nehme ich halt jetzt dann bis zum 6., oder, ihr seht dann entsprechend, wie sich das, äh, auch auf den Preis auswirkt, ähm, ich lösche es jetzt doch noch mal weg, ich will mal, es nimmt mich jetzt wirklich mal Wunder, für eine Ferienwoche, ähm, da, das Anpassen, ähm, ja, weil, das ist jetzt ein bisschen komisch da, ich rache jetzt nicht ganz, wieso das da abgestrichen ist, wieso das ich jetzt nicht so lange reservieren kann, ich versuche es einfach noch mal, ah, vielleicht sei das Wochenende da ist, warte mal, okay, seht ihr das, ich kann es ein bisschen länger, kann ich es buchen, und ja, ist dann ein bisschen teurer, ist ja logisch, aber, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, ich weiss jetzt gerade nicht, ob ich das auf die Schnelle schaffe, warte jetzt mal, wir machen das jetzt einfach mal, so, Kugel für ganz Faule, so, hacken das mal hier rein, und jetzt seht ihr da, ja, also es ist, natürlich, äh, variieren die Preise teilweise, und ihr kriegt auch nicht das Richtige angeteilt, aber ihr seht, also, auch in der Schweiz mindestens 1.800 Franken müsste ich für das Objektiv rechnen, ähm, frage mich nur gerade, wieso, dass man da so gewaltige Unterschiede hat, ähm, ob das eine eventuell eben das USM3 ist, mal schauen, dass da braucht das USM3, naja, aber eben, ihr seht, also, ob ihr jetzt, sag ich mal, eure Reisekasse mit 2.000 Franken belastet, oder mit 174 Franken für eine Objektivmiete, ich denke, äh, wenn ihr eben das Objektiv nicht, äh, 3, 4, 5, 6 Mal pro Jahr braucht, dann, muss man sich das mit der Miete heutzutage wirklich überlegen, und dann auch, äh, um das ganze Mietobjektiv wieder zurückzuschicken, eben völlig schmerzlos, müsst ein bisschen aufpassen, beim, beim Auspacken, weil, die Blombe, um das ganze Röthuhl zu schicken, ist auch schon im Koffer drin, und einfach schauen, dass euch die nicht irgendwo aus Versehen runterfällt, die ist natürlich recht klein, oder, und, ähm, es hat dann wirklich komplett schmerzfrei funktioniert, ich habe ein bisschen geschaut, wie es gepolstert ist, äh, damit ich es dann wieder genau gleich verpacken konnte, für das Röthuhl-Tournieren, habe all das Füllmaterial wieder gebraucht, die Kiste ging auch problemlos zu, eben den Adresskleber, äh, einfach oben auf die Kiste, Blombe dran, ab auf die Post bringen, Porto wird vom Empfänger bezahlt, nicht, ihr müsst nichts machen, ihr kriegt nur noch die Versandbestätigung, und das Objektiv ist dann auch, ähm, genau im Zeitraum, wie es sein soll, ist es wieder zurück, und, äh, ihr kriegt dann auch noch eine kurze Bestätigung, äh, per Mail, oder, damit du weisst, dass das Objektiv angekommen ist, oder, wir hoffen, du warst zufrieden mit der Miete, dein Paket wurde zurückgebucht, perfekt, oder, einfach so, wie es sein sollte. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Film wieder etwas mehr dabei helfen, ähm, für dein Hobby weniger auszugeben, und mehr für dich zu haben, ist natürlich klar, wenn man in Relation zu meinen sonstigen Videos, sich das mal buchhalterisch anschaut, äh, es braucht viele, viele, viele verkaufte Fotos auf Stockplattformen, damit du so, äh, 100 bis 120 Franken Miete für ein Wochenende reinholst, aber lieber 120 Franken Miete für ein Wochenende, für ausgiebiges Testen, als 1800 bis 2500, Franken zum Kaufen, und dann doch nicht zufrieden sein. Ähm, es würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, und, äh, kannst auch die Glocke setzen, damit du bei neuen Videos immer informiert wirst. Danke dir vielmals, dass du es wieder angesehen hast, und bis bald. Tschüss, dein Mirko. 2, 7, Vielen Dank.